Willkommen zu einer anderen Folge von Orksmas 3, anscheinend. Hier steht Helden der Woche. Ich nehme mal an, die wechseln immer und da wir noch keinen weiteren freigespielt haben, können wir immer nur diese nehmen, die auch wirklich im Angebot sind. Deswegen ist unsere Feuerdame wahrscheinlich nicht mehr auswählbar. So, wir spielen wieder über Leben. Mal gucken, ob es diesmal klappt. Ich glaube, das ist jetzt schon Versuch Nummer 3. Ja, 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 das sieht gut aus. Mitz, 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 mitz. Frostbite Level 12. So, scheinbar kriegen wir jetzt eine vollkommen neue Map für uns. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Level 12. Ich glaube, das ist das Höchste. Bei der Festung hatten wir, glaube ich, Level 10 oder was. Auch Level 12. Ich bin mir gerade nicht sicher. Das könnte sehr schwierig werden. Okay, da ist ein Tor. Ach du jetzt. Vier Tore. Ach du Scheiße. Diese Klickte noch bereit. Ist das ein bisschen doof, oder? Das ist doch ein bisschen doof, oder? Sollen Sie nur kommen? Ich mag Überraschungen. Kommt jetzt mal aus dem Arsch. Das ist das. Ich mag Überraschungen. Die Bogen sind schon geil gemacht immer. Okay, hier können wir dann schnell durch. Zu der anderen Lane. Okay, langsam verstehe ich den Aufbau. Wer braucht jetzt wieder so ewig? Der Gegner hat ein Kriegslager geöffnet. Macht er da ein Tor auf? Oder geht das nicht? Die Fahrten sind schlecht für mich! Auf zum Arten! Auf zum Arten! Das sind's natürlich nicht wichtig. Sie haben unser Tor zerstört. gehen Sie. Das ist so gut! Ja 510 Teilen dürfen wir noch aufbauen Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. So, und da ist das Tor. Da kommen die raus. Durch die Mauer, oder? Sollen sie nur kommen? Killbox! Eigentlich eine große Kiste. So, genäht mir das. Sehr nützlich. Was lasse ich hier? Das ist natürlich ein bisschen beschissene Länge, interessant. Was ist die Kiste? Wenn die Kiste! Ich versuche es! Ich versuche es! Das war's für heute. Ok Barrikaden zerstört. Was können die? Barrikaden zerstört. Vielleicht können die. Ich bin jetzt von Bord. Die Berichtung ist nicht so schwer, denn die Anwärmung zu nehmen. Ich warte, die Anwärmung zu nehmen. Ich werde nicht mehr verpassen. Ich bin gespannt. Alter. Ich muss schon ein bisschen aufpassen. Der Stolz eines Jägers. Lackt sie genau hier hin. Kann sie nur kommen? So, ich bleib hier bei der Lane. Müssen wir irgendwo nochmal dicht machen. Ist jetzt nicht so, als wir jetzt flissen. Sie sind nicht so einfach. 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 Nur wie wenn du das bin. Wie next leg Hmm. Wer kommt? Wer kommt? Er kommt.... BLEED, STAND פה comentarios. Okay. Unser Älter wurde gesiegt. Alter. Das geht hier ab, Leute. Hey, 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 das wird interessant. Und wer passt jetzt oben auf, Leute? Eigentlich müsste jeder eine Lame bewachen und einer noch. Im Raum, wieso kommt denn der zu uns? Ja, jetzt fängt der Mächsten dahin, ey. Der Gegner hat ein Kriegslager geöffnet. Das ist ein Kriegslager. Das ist ein Kriegslager. Ist das da oben dicht links, oder was? Das ist ein Kriegslager. Das ist ein Kriegslager. Das ist ein Kriegslager. Puh. Jetzt geht da keiner hin. Sie haben einen Boss herbeigerufen. Der kommt dann auch durch die Richtung. Was soll das tun? Das ist ein Kriegslager. Also das ist ein Kriegslager. Oh oh. Hahaha. Alter. War das ein Knabberschass, ey. What the fuck. Das war ja krass. Puh. Äh, der Knabber geht den Sieg ohne. So, Spieler. Mal gucken. Oh, wir sind ganz knapp am ersten Platz hier oben vorbei. Gesamtschaden ist auch zweiter. Verdiente Münzen bla bla bla. Tode 2. Na gut, dann war's das wieder für diese Folge. Spitze bedanke mich. Bis dann. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man.